Thema dieses Films sind Aufbau und Eigenschaften der Kristalle. Kristalle begegnen uns überall in der Natur. Sie zeichnen sich durch ihre bei einem einzelnen Stoff immer wiederkehrenden Formen aus. Kalkspat zum Beispiel, die kristalline Form von Calciumcarbonat, bildet Rhomboeder, mehr oder weniger schiefe Quader. Zerschlagen wir einen Kalkspat-Rhomboeder, finden wir als Ergebnis viele kleinere Rhomboeder. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben derove Läde. Proff